Verdächtig still, ist Kathi Holtz etwa schon längst Mama? Ist der Nachwuchs von Kathi, 29, und Mats Holtz, 29, etwa schon längst da? Die Moderatorin und der Nationalkicker freuen sich gerade auf ihr erstes gemeinsames Kind oder sind sie schon voll im Elternglück? Auf Kathis Sozialmedia-Profilen ist es nämlich gerade verdächtig still. Schon bei Hannah Weick und Jörn Schlöhnfeucht, 31, war es das sichere Indiz für die Geburt ihrer Tochter Delia. Tagelang hatten sie nichts gepostet und sich dann mit der süßen Barbie Nebs zurückgemeldet. Auch Kathi schweigt jetzt schon ziemlich lange. Vor zwei Tagen hat sie das letzte Mal etwas auf ihrem Instagram-Kanal mit ihren Fans geteilt. Auch in ihren Insta-Stories hört man aktuell nichts mehr von der 29-Jährigen. Möglicherweise wird ihr nächster Schnappschuss schon die Geburt ihres Söhnchens verkünden. Auf den letzten Bildern hatte die Fashion-Expertin schon eine ordentliche Kugel, und als sie im Juli ihre Schwangerschaft verkündete, hatte sie erklärt, schon das erste Trimester hinter sich zu haben. Zeitlich also durchaus möglich, dass Kathi schon im siebten Amahimmel schwebt. Glaubt ihr, dass die Desenerin gerade so schweigsam ist, weil ihr Baby da ist? Stimmt ab. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017